Hallo Leute, heute erkläre ich euch, wie ihr von einer KI eure Hausaufgaben erledigen lassen könnt. Wir fangen an mit der Webseite openai.com. Das ist die Basis von dieser AI. Hier unten scrollt ihr dann runter und geht auf Chat GPT. Dann müsst ihr auf Try Chat GPT klicken und dann solltet ihr hier in diese Login-Seite kommen. Bei Login müsst ihr euch, entweder sofern ihr einen Account schon habt, warum auch immer, eure Login-Daten eingeben. Ansonsten könnt ihr euch auch anmelden. Beim Anmelden müsst ihr dann halt eine E-Mail-Adresse eingeben, einen Captcha beantworten, eure Telefonnummer angeben und noch ein Passwort angeben und dann könnt ihr euren Account auch relativ schnell erstellen. Ich habe meinen Account schon erstellt, deswegen klicke ich schon mal auf Login, gebe meine E-Mail ein, klicke auf Continue, dann mein Passwort. So, ich bin jetzt angemeldet und im Prinzip könnt ihr schon loslegen mit euren Fragestellungen. Die einzige Voraussetzung für diese Fragen ist im Prinzip, dass ihr eure Fragen auf Englisch stellt und deswegen sage ich jetzt, schreibt mir ein Essay about das Buch Othello, das ist ein Buch von Shakespeare in etwa 200 Wörtern. Dann klicke ich auf Enter und im Prinzip wird ChatGPT direkt loslegen, mir einen kleinen Aufsatz zu schreiben. Und im Prinzip war es das schon, aber falls ihr wissen wollt, warum diese AI nicht perfekt ist und wie man einfach erkennen kann, dass diese Aufsätze von einer AI geschrieben werden, dann checkt mein neuestes Video aus, da erkläre ich euch nämlich genau, warum das so ist. Danke fürs Zuschauen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, tschö.